so aufpassen mit dieser technik bekommt ihr es echt gut hin ich zeige es euch mal kurz langsam ihr schneidet in die linke richtung oder rechte richtung ist vollkommen egal schneidet ihr im unteren drittel nach links und dann ganz kurz unten nach rechts zurück und so geht es wunderbar links um rechts links oben rechts unten